um mein lieben freunde und herzlichen willkommen zu einer bei den folgenden kurs der kuren folge kurs oder eisigen folgen nein egal sag mal das wort was gerade passiert zum beispiel bagi bei mir an die berlin da gefahren es ist ja irgendwie auch die schmerzlichen gerade backtest nicht jetzt mal hätte es nicht gut ich finde der kurs ja da oben das ist voll komisch nein der ist nicht gestorben und ich habe ihn abgeschossen nicht gestorben und alter backtest wo er nicht gesehen hat müssen und weil der schießt und schlässlich hatte sich nicht zum kohlen ja mach ich jetzt kann Keine Ahnung. Müsste doof erst auf Dekor. Sorry, dass ich mit der Spitzhacker schlage. Aber ich konnte ihn eh nicht treffen. Das war jetzt mies. Mal folgte der. Blöde Spiel. Hör auf zu rollen. Alter, wenn ich so tue, als würde ich weinen. Mir kamen grad echt fast die Tränen, ne? Krass. Okay, cool. Ey, wo ist der Redcore da? Ne, ist der Lefto. Nein. Guck, da oben ist einer. Ein Pupsi. Ein Pupsi? Ja, ein Pupsi. Ist ein Pupsi? Ja, ein Pupsi. Um da durchzukommen, musst du deinen eigenen Korb aufbauen. Oh ja, stimmt. Volltreffer. Ich kill you leider nicht irgendwie. Alter, ich schlag so oft zu und treff einfach nicht. Und das war nicht mein Kehl gerade. Was? Da gab's aber auch keine. Hä, was hab ich? Ach so, ich hatte Regeneration. Wah! Dich hab ich jetzt nicht gesehen. Ich brauch nen Jebel. Einen schönen, coolen Jebel. Hallo! Okay. Hallo! Ah, da ist so einer mit Narbe. Wie kann der bitte da vorbei? Wie kann der bitte da vorbei? Ich hab ihn nicht mehr. Da ist hoch. Ja. Da ist der. Hallo. Na, ich warte. Nee, der. 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 Der hat da. Ist nervig. Die da oben schaffen's schon. Ähm. Ich hatte keine Zeit. Was soll ich machen? Da ist hier jemand noch oben. Ja. Leider. Der hat den Korb gebaut. Okay. Jetzt solltet ihr ihn mal aufholen. Warte. Ja. Scheiße. Der wär fast drüber gegangen. Der Typ. Und der geht jetzt echt. Doch. Geht da. Ich will ihn. Ja. Ah. Junge. Zum Glück war das nicht. Nein. Unser. Sehr. Fast. Dir. Ist tot. Ist schon verkauft. Nein, hab ich nicht. Und der ist trotzdem runtergefallen. Und der ist grad irgendwie gestorben. Magie. Janine. Magie. Jakob. Äh. Freund. Nicht meinen Namen nennen bitte. Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Geschäftsgeheimnis. Hallo. Also ich heiße ganz anders. Was? Ein halbes Herz? Ich heiße ganz anders. Wir haben uns hier Künstlernamen ausgedacht, ne? Also. Ja. Aber wir wiederholen sie nicht, weil die sind auch geheim. Ne? Die sind total geheim. Geheimnis künstlernamen. Ja. 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 Versuche ich. Ja. Du musst zum Hochraum springen. Ah. Ich hasse es. Oh. Da ist jemand. Hm. Den töte ich. Bitte. Nein. Das ist dieser mit der roten Hand. Den erkläre ich zu meinem Erzfeind. Rot hat Kors gewonnen. Oh Mann. Hä? Und ich habe noch einen Equip. Hä? Man verliert doch normalerweise seine Equip. Guck wie der da. Hallo. Ich habe noch meine Equip. Alter. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Ne. 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 Das wäre komisch. Das wäre komisch. Das wäre komisch. Oh nein. Men maseurs. 쓸FS ist. Jeann. Jeann. calculateet.